Ja, das ist unsere neue Tanzgruppe, Gocciak-Tanzgruppe, unter der Gutenberg. Und zwar, wir sind jetzt mit einfachen Tänzern angefangen, aber wir bereiten schon die Gocciak-Hochzeit. Und wir hoffen, dass wir uns schon nächstes Jahr vorstellen, da in Klagenfurt. Sie sind aber auch herzlich eingeladen am 19. September in Pöllenden. Da werden wir auch einige Tänzer vorstellen. Ich möchte jetzt gerne Herrn Michlstein anleihen und Herrn Diplom-Ingenieur, Herr Hennigmann und Frau Tiefenbacher, die hat uns begleitet und alles für uns vorbereitet. Ich möchte jetzt gerne Herrn Michlstein anleihen, Herr Hennigmann und Frau Tiefenbacher. Ich möchte jetzt gerne Herrn Michlstein anleihen, Herr Hennigmann und Frau Tiefenbacher. Ich möchte jetzt gerne Herrn Michlstein anleihen, Herr Hennigmann und Frau Tiefenbacher. Ich möchte jetzt gerne Herrn Michlstein anleihen, Herr Hennigmann und Frau Tiefenbacher. Ich möchte jetzt gerne Herrn Michlstein anleihen, Herr Hennigmann und Frau Tiefenbacher. Ich möchte jetzt gerne Herrn Michlstein anleihen, Herr Hennigmann und Frau Tiefenbacher. Ich möchte jetzt gerne Herrn Michlstein anleihen, Herr Hennigmann und Frau Tiefenbacher. Musik 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 Applaus Applaus